Hey yo, was geht? Rolles am Platz. Ich habe für euch ein kleines Video-Schnitt-Tutorial vorbereitet mit dem Programm DaVinci Resolve, wie ihr euch das runterladet, wie ihr die ganzen Dateien, die ihr bearbeiten möchtet, in das Programm bekommt, wie ihr dann eine Videospur bearbeitet, wie ihr auch das Audio ein bisschen bearbeitet und das Ganze dann exportiert bekommt. Viel Spaß! Gehe ich mir auch einfach hier auf die nächste Seite, bin umgeswitcht auf DaVinci Resolve. Ich wähle jetzt hier unter Dynamics den Multiband-Kompressor. Ich bin ja ein Verfechter eigentlich von diesem ganzen Adobe-Kram, sage ich jetzt mal. Also ich habe lange, wirklich sehr lange mit Adobe Premiere geschnitten und eben auch After Effects gearbeitet, viel und Photoshop. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt umgeswitcht, auch jetzt hier mit dieser neuen Power-Maschine. Ich bin umgeswitcht auf DaVinci Resolve. Von Blackmagic heißt die Marke und wenn ihr da Bock drauf habt, also dieses Programm gibt es umsonst sozusagen. DaVinci Resolve heißt es. Da geht ihr einfach hier auf die blackmagic.com-Seite und dann ist gleich das erste, was aufpoppt, DaVinci Resolve 17. Das ist sozusagen jetzt die 17er-Version, die es da gibt. Und die gibt es hier dann einfach zum Runterladen. Die Version, die man da runterladen kann, ist eigentlich eine vollwertige Version. Es gibt dann noch eine kaufbare Version. Die kostet, glaube ich, so um knapp 300 Euro. Braucht man jetzt nicht unbedingt, weil die hat gar nicht so viele Features, die man jetzt als, sage ich jetzt mal. Also, was haben die für Features? Ich glaube, du kannst 4K, glaube ich, besser und schneller bearbeiten. Ich weiß jetzt gar nicht so genau. Auf jeden Fall, es reicht, wenn ihr diese Version runterladet, weil diese Version ist absolut ausreichend. Und man kann alle Sachen damit machen. DaVinci Resolve 17-Programm kommt eigentlich aus dem Color Grading. Also, es war schon vor ein paar Jahren wirklich das Top-Programm für Color Grading. Und es hat sich jetzt wirklich gemausert zu einem richtig guten Schnittprogramm. Jetzt hat es bestimmt seit 3, 4 Jahren ist es ein Top-Schnittprogramm. Sie haben ein Audio-Tool mit eingearbeitet. Und man kann mittlerweile sogar Audio-Bearbeitung wunderbar in DaVinci Resolve machen. Fairchild wurde da mit reingearbeitet. Und das ist sozusagen wie ein eigener Sequencer in dem Schnittprogramm. Da hast du dann auch, wie bei Cubase oder bei Logic, hast du die Spuren dann untereinander liegen. Und kannst sie dann ganz normal bearbeiten. Bei DaVinci Resolve ist es so, es gibt wirklich unglaublich viele mitgelieferte Effekte schon. Also, sei es im Video-Schnittbereich, sei es im Audio-Bereich. Es gibt alles schon in dem Programm. Man muss eigentlich kein VST-Instrument, so wie man das bei Audio kennt, zusätzlich installieren. Oder man braucht eigentlich nichts. Man braucht nur dieses Programm. Deswegen, ich kann es euch total empfehlen. Auch was Übergänge angeht, sind da so unglaublich viele dabei. Dann auch gibt es ganz viele vorgelegte Text-Layer, die sich auch mit Animationen bewegen. Also, das ist wirklich sehr, sehr, sehr komplex das Programm und sehr toll. Ja, ich würde gerne heute mal mit euch einen meiner Wochenrückblicke zusammenschneiden. Das machen wir jetzt einfach mal zusammen. Und jetzt schauen wir einfach, hier gehen wir auf unseren schönen Desktop und schauen doch mal, dass wir hier einen neuen Layer starten. So, jetzt habe ich hier das DaVinci Resolve gestartet, beziehungsweise ist das der erste Layer von DaVinci Resolve. Das ist sozusagen die Projekt- oder die Database-Seite, wo man einstellen kann. Einfach so viel kann man noch gar nicht einstellen. Grundsätzlich wähle ich jetzt hier einfach nur ein neues Projekt aus. Man hat jetzt hier schon ein paar, seht ihr jetzt hier, ein paar Projekte habe ich schon gemacht. Diese ganzen Wochen, die ich hier abgearbeitet habe, findet ihr auch auf YouTube. Und genau, jetzt kann man hier eben ganz normal ein neues Projekt öffnen. Die Seite ist schnell erklärt. Da drückt man einfach hier auf neues Projekt und dann macht es erstmal hier DaVinci Resolve komplett leer auf. Was bei mir immer gleich ist, ich mache immer gleich als allererstes, benenne ich sozusagen das Projekt, weil ich das oftmals vergesse. Da gehen wir hier oben auf File und dann auf Save Project. Ich nenne es einfach KW2 und drücke hier einfach Save. Fertig, dann haben wir das schon mal. Und dann geht es hier schon mal weiter. Das Wichtigste an diesem DaVinci Resolve ist eigentlich, dass ihr wisst, was hier unten diese ganzen Layer heißen. Also das sind im Endeffekt die Layer hier unten. Da haben wir einmal Media, dann gibt es den Cut Layer, dann gibt es den Edit Layer, dann gibt es den Fusion Layer, dann gibt es den Farb Layer, den Fairchild Layer und den Deliver Layer. Also das erste, was wir machen, ist hier in den Media Layer, wir gehen in den Media Layer rein und da ist es so, es ist wie so ein Media Browser, ein interner DaVinci Resolve Media Browser. Hier ist es so, dass wir erstmal alles, was wir brauchen, in den Media Browser reinladen. Es ist so, hier oben haben wir unsere Festplatten. Ich gehe jetzt hier gleich mal auf meine Projekte und da habe ich unter Real Rolls Wochenrückblick, habe ich einen Ordner Wochenrückblick Daten und da habe ich schon mal ein paar Sachen reingeladen, die ich jetzt brauche für meinen Schnitt. Also einmal habe ich hier die Own Studio Transition, das ist sozusagen mein Übergang von den einzelnen Szenen. Der ist natürlich vorgefertigt. Den habe ich noch im After Effects gebastelt, genau. Genau, den habe ich jetzt fertig, das ist eine MOV-Datei. Jetzt hat gleich die erste Frage, jetzt habe ich hier schon was vorgegriffen. Von dem Browser muss ich das jetzt hier alles hier unten in den Media Pool reinziehen, damit sozusagen der DaVinci Resolve dann auf die Daten zugreifen kann, eben auf den anderen Layern. Also das ist das erste, was wir machen müssen. Und jetzt habe ich hier die Transition reingezogen. Jetzt fragt er mich, diese Transition hat eine andere Bildrate, ob ich das ändern möchte. Und ich sage jetzt einfach, nee, nicht ändern. Das ist jetzt grundsätzlich so, meine Projekte sind auf Full HD eingestellt. 1920x1080p, genau. Und 50 Bilder, glaube ich. Und das möchte ich jetzt aber erstmal nicht ändern. Ich weiß jetzt nicht, in was ich die Transition hier raus exportiert habe. Auf jeden Fall lasse ich dir das einfach mal. Ich mache jetzt hier Don't Change. Und dann haut er mir jetzt hier gleich die Transition in meinen Media Browser rein. Also das hier für euch zum Wissen, hier unten diese Leiste, ist das, wo ich alles reinziehen muss. So, dann habe ich jetzt hier zum Beispiel noch einen Sound, den ich auch unter den Übergang lege. Das ist sozusagen, es gehört zusammen. Ich habe das jetzt noch nicht zusammengefügt. Das kann man natürlich auch machen. Im Endeffekt muss ich jetzt jedes Mal, wenn ich einen Übergang mache, muss ich den hier legen. Hier das Bild und dann eben auch den Ton. Und zusätzlich habe ich noch den Kanal Trailer. Den kennt ihr vielleicht schon. Der ist ganz fein geworden. Den ziehe ich mir auch rein. Genau, und das ist jetzt schon mal die erste Sache. Was mir jetzt noch fehlt, ist von der Woche 2 der ganze Zusammenschnitt aus Twitch oder von Twitch. Den suche ich mir jetzt auch noch schnell raus. Da sind alle drin und da brauche ich jetzt hier die Nummer 2. Ziehe ich mir auch noch runter. So, jetzt habe ich erstmal die wichtigsten Sachen, habe ich jetzt schon erstmal da, die ich brauche für meinen Schnitt. So, dann geht es eigentlich weiter. So, ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten in den Schnitt zu gehen. Es gibt zwei Writer dafür. Es gibt einmal den Cut Writer hier unten ist der und einmal den Edit Writer. Ich schneide meistens im Edit, weil, also diesen Cut Writer haben sie, glaube ich, bei der Version 15, haben sie den hinzugefügt. Ihr habt ja gesehen auf der Webseite, es gibt jetzt mittlerweile die Version DaVinci Resolve 17 zum Runterladen. Genau bei dem, ich glaube bei Version 15 haben sie diese Cut Writer dazu gefügt. Mit dem arbeite ich irgendwie nicht so gern. Also ich gehe dann direkt zu dem Edit Writer und hier geht es dann eigentlich direkt los. Zur Erklärung ist eigentlich einfach wie in jedem Videoschnittprogramm, man hat hier einmal oben die Videospur und drunter die Audiospur. Das ist jetzt halt so, wenn ich jetzt zum Beispiel den Kanal Trailer reinziehe, den ziehe ich einfach von links oben hier unten rein, dann erscheint der hier und dann seht ihr ganz klar, okay, oben Bild, unten Ton. Und ich hier mache das jetzt halt immer so, da ich das hier, dass mein Kanal Trailer ist und da am Ende Hinweis dann steht, zum Beispiel hier steht dann der Hinweis Wochenrückblick immer sonntags 19 Uhr. Das möchte ich jetzt halt hier für mein Video, YouTube Video nicht haben. Ist es immer so, ich schneide es mir jetzt hier schon mal zurecht. Das heißt, ich löse jetzt halt hier die Verbindung zwischen Audio und Video auf. Das ist ganz easy. Hier Link Clip, das ist das erste. Ganz unten kann ich das einzeln anklicken. Vorher war das gelinkt, das heißt, ich kann es jetzt halt nochmal linken. Hier Link Clip, dann ist es zusammen. Ich will es aber hier entlinken, also mache ich hier den Link Clip Up auf. Und jetzt kann ich theoretisch hier die einzelnen Sachen bearbeiten, den Ton und das Audio. Und ich möchte jetzt halt hier erstmal auf jeden Fall hier das Bild so weit wegschieben. Und hier versuche ich jetzt genau die Stelle zu finden, wo der Text reinkommt. Hier, genau, hier schneide ich das. Und lade mir jetzt halt mal meine Transition rein. Die habe ich hier oben, ist die Transition. Die ziehe ich mir auch einfach hier auf die nächste Seite. Und genau, habe dann hier schon mal einen kleinen Übergang. Ich lasse das frei, weil bei mir ist es so, beim YouTube kommt immer hier eine JPEG hin, die ich noch extra erstelle. Das mache ich dann später. Auf jeden Fall hatte ich noch ein bisschen den Beat hier ab, dass der nicht so lang ist am Ende. Okay, pass auf, so lang will ich ihn eigentlich gar nicht haben. Okay, den machen wir hier mal ein bisschen kürzer einfach. Und dann kann ich eben das auch ganz cool, ich kann ihn hier einfach kürzer machen. Das ist alles total intuitiv und kann ihn hier dann faden einfach, dass er sozusagen dann ausfadet. Easy, total easy, so cool. So, und jetzt fangen wir mit dem eigentlichen Schnitt an. Jetzt geht's los. So, jetzt nehme ich mir hier einfach meinen Wochenrückblick und ziehe den mir hier rüber. So, und da ist er schon. Ich habe mir jetzt hier diesen Wochenrückblick reingezogen. Das ist eine ziemlich lange Wurst. Können wir anschauen. Wow, die geht da bis da ganz hinten. So, und da ist es jetzt so, jetzt schneide ich mir hier einfach die Parts raus, die irgendwie interessant sind. Das geht jetzt auch total einfach. Hier mit diesem Schneidetool, genau, drücke ich hier drauf. Das ist die Schere sozusagen. Jetzt kann ich hier einfach ganz easy einen Schnitt setzen. Kann dann sagen, okay, das brauche ich nicht mehr. Lösche ich. Und dann schiebt es mir das sozusagen nach vorne. Das ist eigentlich super easy. Da muss man gar nicht viel machen. Das geht hier eben in dem Edit Layer. Super easy. Das geht ganz schnell. Aha, da ist er. Da schaue ich gar nicht so fit aus. Schlimm, sage ich ganz ehrlich. Aber so ist es manchmal. Also bei DaVinci Resolve ist es so, mit Leertaste drückt man Play. Ich habe auch meinen Daumen, meinen linken Daumen immer auf der Leertaste und drückt dann einfach. Was geht, Bro, es ist... Okay, alles klar. Hier Ausflippungsmodus. Hier erstmal Laberei, Laberei. Ich will ja auf jeden Fall erstmal hier die Künstler haben. Es ist hier ziemlich viel Laberei am Anfang. Okay, hier Wochenrückblick. Bla, bla, bla. Basti Beat. Ah, okay. Basti Beat. Ich hoffe, dir geht es gut. Genau, hier auch wieder ganz normal. Ich bin auf das Messer gegangen. Blade, auf die Klinge. Bin auf die Klinge gegangen. Hab hier einen Schnitt gesetzt. Wähle dann wieder hier den Zeiger aus. Und wähle dann das davor aus. Komplett markiert. Und lösche es dann einfach mit Entfernen. Und dann springt es automatisch am Anfang hin. Und das heißt, das Erste, was kommt nach meiner JPEG-Tafel, ist das hier. Dann kommen wir zum guten Freund. Lang nichts gehört, aber hart am Start. Ist ja sowieso klar, Mann. Genau, jetzt ist es so. Ich hätte jetzt gerne hier an der Stelle, wo der Übergang ist, hätte ich jetzt gerne sozusagen meinen Übergang, den ich vorhin schon vorne hingebaut habe. Das ist jetzt so. Ich habe den jetzt hier. Das ist sozusagen das Bild oben und der Ton unten. Und das nehme ich mir jetzt zusammen. Ich kann es theoretisch auch verlinken. Das ist eigentlich ganz cool. Ich verlinke das jetzt. Und mit Alt gedrückt halten, ziehe ich mir das jetzt nach hinten. Beziehungsweise, Moment, ich mache nochmal kurz rückgängig. Ich verlinke das jetzt noch nicht. Ich kopiere mir das erstmal jetzt so rüber hinter. Das ist so, wenn ich jetzt zwei anwählen will, muss ich Steuerung gedrückt halten. Genau. Und jetzt kann ich mir das, beziehungsweise, ich mache es noch anders. Weil, wenn ich das jetzt hier auf die Audiospur ziehe, dann zerhackt es mir die Audiospur. Das kann ich euch auch mal kurz zeigen. Wenn ich das jetzt hier rein ziehe, dann setzt es mir das einfach hier rein. Und ab da ist die Audiospur kaputt. Und das will ich natürlich nicht. Also mache ich hier rückgängig. Rückgängig. Steuerung Z. Und habe es mir jetzt hier unten hingeschoben. Nehme dann die Transition auch mit. So, und jetzt nehme ich das mal beides mit Steuerung. Habe ich beides genommen und schiebe mir das jetzt dahinter. Beziehungsweise zoom nochmal raus. Genau. Zoom raus. Und setze mir das jetzt dahinter. Genau. Die muss hier hin. Also schiebe ich sie mir hier ungefähr hin. Den Ton auch nochmal. Und dann können wir uns das mal anschauen. Weiter, weiter. Bin gespannt, oder? Bin richtig gespannt. Finde ich geil. Und ich habe hier eine Band für euch. Die haben wir bei einem jüngeren Auftritt kennengelernt. Sehr gut. So, und jetzt machen wir es so, wie wir vorhin auch schon ganz gut rausgefunden haben. Wir verlinken jetzt die beiden Sachen. Das heißt, ich halte wieder meine Steuerung. Klick das Bild an. Klick das Audio an. Und drücke dann auf eins der beiden mit Rechtsklick drauf. Und klick auf Link Clip. Jetzt habe ich hier beide zusammen. Und kann die hier beide verschieben, wie ich will. Perfekt. So, lassen wir das mal zusammen. Nächster Beitrag ist von einem guten Lux. Wir hatten den letzten schon. Perfekt. Dann kann man doch hier gleich wieder den Übergang setzen. Easy. Der ist auch hier noch markiert. Dann lasse ich mal hier wieder alt gedrückt halten. Und kopiere mir das dahinter. Zoomen dann nochmal rein. Schauen, dass er richtig sitzt. Tut er nicht. Ich will ihn ja genau mittig haben. Bock hat sich das nochmal reinzuziehen. So, der nächste Beitrag ist von einem guten Lux. Wir hatten den letzten schon. Ja. Okay. Dann setzen wir hier noch einen Cut. Am Ende mache ich es dann immer so, dass ich einfach nur einen, ich fade es dann einfach nur aus. Also ich nehme dann hier. Du kannst genauso wie beim Audio, kannst du auch einfach die Videospur ausfaden. Die fadet dann ins Schwarz. Fade to Black sozusagen. Und die Audio-Spur, die lasse ich einfach auch ausfaden. Mal hier schauen. Das zeigt dann immer hier, ihr habt es ja schon gesehen. Es zeigt dann immer hier oben rechts die Möglichkeit an, einfach es zu nehmen und zurückzuziehen. Und das ist auch eigentlich selbsterklärend. Also jeder, der schon mal irgendwo ein Fade gemacht hat, weiß sofort, was du da machen kannst. Für den vollen Beitrag grüße auf jeden Fall. Genau. Und dann fällt das so aus. Ja cool. Dann haben wir das hier zusammengeschnitten. Das ist jetzt unsere Wurst. Unsere fertige Wurst. Und was ich jetzt immer eigentlich noch mache, da ja das Intro ist ja schon gemastert, sag ich jetzt mal. Also hier ist ja der Beat drunter und ich habe das ja schon mal komplett aus dem Programm rausgehauen. Und dementsprechend auch gemastert. Das hat also schon die Lautstärke. Mein Name ist Rollis. Rollis am Platz. Das hat also schon die Lautstärke, die es braucht. Und dann ist es jetzt hier so, dass diese ganze Wurst, die wir hier sehen, auf der ersten Spur, auf Audio 1, die ist ja nicht gemastert. Also die Songs, die da laufen, sind teilweise unterschiedlich laut. Meine Stimme ist nicht immer gleich laut. Deswegen haue ich jetzt da immer noch einen Multiband-Kompressor drüber, der einfach nochmal alles in sich stimmig macht. Ganz einfach. Und dazu gehen wir jetzt halt einfach mal hier in dieses Fairchild-Tool, in diese eigene Audio-Software von DaVinci Resolve. Beziehungsweise bevor wir das machen, speichere ich einmal ab und dann drücke ich hier unten auf Fairchild. Und jetzt sehen wir hier auch schon, hier ist ganz gut, hier Kanal, Trailer, Audio, das sind die zwei. Dann haben wir hier meine Audios von der Transition hier. Und das ist jetzt hier die Audio von der Wurst auf Audio 01. So, jetzt können wir hier mal durchscrollen. Dann müsste dann immer unten drunter auch meine Transition-Audios kommen, hier zum Beispiel. Genau. Und hier auf die Audio 01 würde ich jetzt gerne einen Multiband-Kompressor legen. Wir suchen jetzt uns diesen Effekt aus für die Spur. Das ist die Spur A1. Wir sehen es hier, Audio 01, A1. Das ist diese Spur. Und da möchte ich jetzt gerne den Multiband-Kompressor drauflegen. Also gehe ich auf Effekte hier, auf diesen Punkt und wähle jetzt hier unter Dynamics den Multiband-Kompressor aus. Was ich eben eigentlich vorhin auch schon gesagt habe, ihr könnt gerne VST-Effekte benutzen. Die werden dann auch hier jetzt halt angezeigt. Aber die Effekte, die jetzt hier beim Fairchild schon dabei sind, sind eigentlich schon ausreichend. Also es ist einfach hier ein echter starker Multiband-Kompressor. Ich mache da auch meistens gar nicht mehr viel. Ich mache jetzt da in dem Band 2, 3 und 4 einfach die Ratio ein bisschen hoch, dass sozusagen, dass die einem anschlägt mehr. Die stelle ich hier statt 1,5 auf 3 oder auf knapp 3, dass der einfach ein bisschen arbeitet. Und sonst ändere ich eigentlich gar nicht mehr viel. Meistens höre ich es mir dann noch an und dann geht es einfach darum, das sehen wir dann auch gleich, hier die Spuren hier auf 0 zu kriegen. Jetzt lasse ich es mal einfach ablaufen. Das ist sehr cool. Und ihr seht jetzt auch schon hier unten in der Ecke rechts, es ist sehr leise. Ich ziehe das jetzt schon mal pauschal, die Audio-1-Spur ziehe ich jetzt schon mal pauschal ziemlich weit hoch. Eine weitere Connection, oder? Finde ich cool, finde ich ein cooles Instrument. Aber es ist immer noch nicht laut genug und ich nehme dann den Master, um einfach nochmal zur Vollständigkeit auf die 0 zu kommen. Jetzt hat sie übersteuert. Jetzt gehe ich ein bisschen weiter runter. Danke dir. Perfekt, super Beitrag. Danke, Luscious. Richtig cool, Mann. Da muss man halt so ein bisschen schauen. Weiter, Alter. Weiter. Können wir auch nochmal den Multiband-Kompressor anschauen. Bin gespannt, Alter. Bin richtig gespannt. Finde ich geil. Und ich habe hier eine. Man seht ja auch ganz gut, wie der arbeitet. Der ist schon ziemlich am twerken. Band für euch. Die haben wir bei einem Jungbrun-Auftritt kennengelernt. Die hießen damals noch anders. Wenn jetzt der Dan am Start wäre, dann könnte er uns... Da ist er wieder. Jetzt haben wir auf jeden Fall Video bearbeitet. Wir haben Audio bearbeitet. Und jetzt würde ich mal die Wurst einfach exportieren. Da checken wir doch einfach mal aus, wie das geht. Das geht dann hier unten weiter auf den Punkt Deliver. Und da haben wir jetzt hier links oben unsere Einstellungsmöglichkeiten. Wir sehen dann hier nochmal die einzelnen Bilder in der Mitte. Und drunter unsere Wurst, die wir geschnitten haben. Wir können auch hier rein- und rauszoomen. Ganz wichtig ist hier einfach nochmal zu überprüfen, ob der Loop stimmt. Also wo das Video exportiert wird. Das ist jetzt hier dieser graue Balken, den ihr hier drüber seht. Den kann man auch sozusagen hier, kann ich den auch kleiner machen. Dann würde nur der Teil des Videos exportiert werden. Das möchte ich aber nicht. Deswegen nehme ich das Ganze. Meistens stimmt es auch schon. Es ist meistens so, dass es bis zum letzten Bild genommen wird. Aber manchmal lässt man ja auch irgendwie hinten dann noch was liegen, was man vielleicht nicht verschnitten hat. Und möchte aber einen anderen Teil exportieren. Wie auch immer. Ihr müsst schauen, dass der graue Link bzw. der graue Loop richtig gesetzt ist. Genau. Und dann geht es hier an die Export-Einstellungen. Die sind hier links oben. Hier gibt es Custom-Vorgefertigte, Custom-Sachen wie YouTube, Vimeo, 1080p. Bei mir ist es meistens so, ich habe mir da noch nichts abgespeichert. Ich mache das alles manuell. Jetzt ist es so, als erstes könnt ihr hier oben einen Pfeil Namen eingeben. Ich mache das jetzt in dem Fall so, dass ich hier von meinen Projekten schon einen Namen nehme. Von den letzten. Genau, dass die ungefähr gleich benannt werden. Deswegen mache ich das jetzt so. Genau, 2001, KW2. Das speichern wir so ab. Dann gibt es hier die Möglichkeit, bei Video einzustellen, in welchem Format. Ich explodiere es meistens im MP4. H264, sowieso klar. 1920x1080 HD für YouTube. Perfekt. Restricted zu 10.000. Das war auch voreingestellt. Das lasse ich so. Wir haben die Einstellung jetzt vorgenommen zum Pfeil Namen, zum Format, zum Codec. Und auch geschaut, ob die Auflösung passt. Passt alles. Das ist das, was wir hauptsächlich einstellen müssen. Wir haben geschaut, dass der Loop passt. Dann schicken wir es sozusagen in unsere Render Queue, in unsere Warteschlange. Add to Render Queue. Das ist dieser Button. Und dann sehen wir das hier rechts aufploppen. Dann ploppt es hier auf. Und jetzt ist es eigentlich ganz easy. Start Rendering. Und damit haben wir unser erstes Video exportiert. Fertig. Und jetzt wird es sozusagen rausgehauen in einer Windeseile, so wie es sein muss. Richtig gut. Ja, super schön, oder? So ist es in meinem ersten Tutorial. Ein bisschen DaVinci Resolve mit euch geteilt. Ich hoffe, so die grundlegenden Sachen habt ihr verstanden. Wir werden auf jeden Fall weiterführende Videos auch machen. Wir haben jetzt hier nur mit einer Videospur gearbeitet. Es geht natürlich noch wesentlich komplexer. Und mit diesem Fusion Writer haben wir noch gar nicht angefangen. Und Farbe haben wir auch noch nicht gemacht. Das machen wir alles gerne bei einem oder anderen Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und wir sehen uns bald wieder. Euer Rolis. Also, ciao.